Basel des Offsen-Sinne Maastricht Baden-Küchlin schliesst das traditionelle Basel-Kino im Suburb von Steinen Ende Juni schliesst alle acht Kinos des Molite-Plex-Kinos. Baden-Küchlin schliesst definitiv Ende Juni 2023, Archive-Skennes-Nars-BZ Ende Juni 2023 endet das Kino in den Steinen. Der Kino Baden-Küchlin als das letzte Kinospielhaus des Steinvororts schliesst an seine Türen. Eine Erweiterung des Mietvertrags- und damit verbundene ausführliche Renovierung war an diesem Ort aufgrund struktureller und wirtschaftlicher Perspektive unmöglich, schreibt CEO Baden-Küchlin in Medienfreisetzung. Baden-Küchlin wird bald Geschichte sein. Archive-Skennes-Nars, was mit dem Küchlin passiert, wird jedoch nicht aus der Botschaft erkennbar. Baden-Küchlin schreibt jedoch, wir sind davon überzeugt, dass die Investmentinvestition von Asimo, das Eigentümerunternehmen, eine attraktive Nutzung des Gebäudes finden wird.